Hallo, hier ist der Christian. Ich befinde mich gerade auf der Pressekonferenz von Huawei in London und ich habe hier das neue Huawei P8 in der Hand und das wollen wir jetzt mal in einem ersten Hands-On uns ein bisschen anschauen. Das Huawei P8 kommt mit einem wirklich schicken und hochwertigen Unibody-Aluminium-Gehäuse. Wir können uns das jetzt hier mal genau anschauen und zwar ist es nur 6,4 mm dünn, also noch dünner als zum Beispiel das Galaxy S6 oder das iPhone 6 und wir haben hier ja einen so ähnlich leicht abgerundeten Rahmen und an beiden Seiten ist er leicht abgeschliffen, wie es vielleicht auch beim HTC One ist. Und ich muss sagen, das fühlt sich insgesamt wirklich hochwertig an, es liegt gut in der Hand, es ist stabil und macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Fast gefällt es mir auch noch besser als damals das Huawei Mate 7 und jetzt wollen wir einfach mal hier so ein bisschen außen rum gehen. Also hier unten haben wir Lautsprecher und USB-Anschluss. Auf der Seite haben wir hier einmal den Power-Button, der auch einen wirklich guten Druckpunkt bietet, ebenfalls aus Metall ist und leicht in das Gehäuse hier eingelassen. Wir haben hier die Lautstärkewippe und hier unten haben wir SIM-Kartenslot und MicroSD-Kartenslot. Und zwar gibt es hier wieder, wie schon beim Mediapad X2, einen Hybridkarten-SIM-Slot, der Micro-SIM und Nano-SIM aufnehmen kann. Die Frage ist aber noch, ob auch diese Version in Deutschland erhältlich sein wird. Als nächstes, das Display ist beim Huawei P8 5,2 Zoll groß. Wir haben eine Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixel und geschützt ist es mit Gorilla Glass 3. Wir haben außerdem eine spezielle Nano-Beschichtung hier auf der Vorderseite, die das Smartphone gegen Spritzwasser schützen soll. Und eine Besonderheit des Displays sollen die Farben sein, die besonders kräftig und lebendig sein sollen. Dann können wir uns mal die inneren Werte noch anschauen. Und zwar ist das P8 mit einer Kirin 930 CPU mit 8 Kernen ausgestattet. Und zwar ist das wieder nach Big-Little-Prinzip. Also wir haben hier zwei Quad-Core-CPUs mit 2 GHz einmal und einmal mit 1,5 GHz. Des Weiteren haben wir 3 GB RAM und Versionen mit 16 und 32 GB Speicher. In Deutschland wird vermutlich zuerst die Version mit 32 GB Speicher auf den Markt kommen. Wir können mal gucken, hier haben wir jetzt auch die 16 GB Version, eine 64 GB Version gibt es und eine 16 GB Version. Und hier sehen wir 10,46 GB sind nach Abzüglich des Systems noch frei. Dann ein großes Augenmerk hat Huawei beim P8 auf die Kamera hier auf der Rückseite gelegt. Und zwar handelt es sich dabei um eine 13 Megapixel Kamera. Hier sehen wir auch einen zweifarbigen Dual-LED-Blitz. Und die Auflösung ist zwar identisch zum P7, aber Huawei hat die Kamera stark verbessert. Und zwar hat es hier einen neuen Bildsensor mit vier Farben, also einen vierfarbigen Bildsensor verbaut, der besonders für helle Fotos und auch für weniger Rauschen bei schlechten Lichtbedingungen sorgen soll. Zudem haben wir hier auch einen neuen Bildprozessor integriert, der laut Huawei ungefähr auf dem Niveau einer DSLR arbeiten soll. und auch noch mal besondere Vorteile für schlechte Lichtverhältnisse bringen soll. Wir können jetzt einfach mal die Kamera-App starten, denn hier hat Huawei auch viele Verbesserungen gemacht. Wir können jetzt mal hier, ihr seht schon, Das Bild ist auch tatsächlich richtig hell, also man kann es jetzt vielleicht auch hier im Video ganz gut erkennen. Also im Hintergrund sind die Lichtverhältnisse tatsächlich nicht allzu gut. Aber, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, sind hier wirklich schöne Details auch im Hintergrund, im dunklen Hintergrund abgebildet. Und es gibt jetzt hier auch neue Funktionen für die Kamera. Unter anderem gibt es einen Modus, den nennt Huawei auf Deutsch Lichtmalerei. Damit kann man ja verschiedene Lichteffekte bei Fotografien bei Nacht erzeugen, die dann ungefähr ja wie so Verzerrungen oder Spuren aussehen. Zudem gibt es einen Regisseur-Modus. Und zwar können sich hier Drei Smartphones, drei weitere Smartphones mit dem P8 hier verbinden. Und dann kann man ja ein Video aus vier verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Und der Nutzer, also der Besitzer des P8 kann auch zum Beispiel dann Regieanweisungen auf die anderen Smartphones schicken. Und da kann man dann ganz, ja, schöne Videos damit drehen. Außerdem, wenn wir hier nochmal in den Modus reingehen, haben wir eben hier diesen Super-Nacht-Modus, der besonders helle Fotos schießen soll. Und zwar nimmt er mehrere Aufnahmen an, und wie ihr hier sehen könnt, bekommt man dann ein etwas helleres Foto. Dann, was gab es noch? Zur Kamera wollte ich noch einmal sagen, und zwar gibt es hier auch eine neue Funktion, mit der man ein Wasserzeichen einfügen kann. Neuigkeiten gibt es hier dann auch bei der Oberfläche. Und zwar hat Huawei hier eine smarte Telefon-App integriert, die automatisch die Ländervorwahlen ergänzt. Außerdem gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten für das Design. Wir können jetzt mal schauen, hier gibt es verschiedene Home-Screen-Styles. Und da könnt ihr dann auch ganz verschiedene Themes noch runterladen. Neu ist beim Telefon hier, beim Telefonieren auch eine Technologie, die Huawei Voice Plus nennt. Und zwar gibt es, sorgt die für deutlich lautere Gespräche. Zudem soll eine Geräuschunterdrückung, zum Beispiel wenn man draußen ist, Windgeräusche minimieren, und zwar um bis zu 90%. Dann kommen wir noch einmal ganz kurz zum Akku. Also wir haben hier einen 2680 mAh Akku im Huawei P8. Der soll ja für ungefähr 14 Stunden Telefonate im 3G-Netz und gut 480 Stunden im Standby-Modus ausreichen. Wie lange der Akku dann wirklich hält, wird sich dann aber natürlich erst in ausführlicheren Tests zeigen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben natürlich hier auch eine Frontkamera, die löst mit 8 Megapixel aus. Und an Kommunikationsoptionen haben wir natürlich LTE-Kategorie 4. Wir haben WLAN 802.11, B, G und N. Es gibt Bluetooth 4.1, NFC, natürlich auch GPS. Aber eine Besonderheit ist ein neues Netzwerkmanagement von Huawei, das immer automatisch zwischen der bestmöglichen Verbindung ja hin und her wechselt sozusagen. Also das erkennt, wo gerade welches WLAN-Netz oder welche Verbindung gerade am schnellsten ist und stellt diese automatisch ein. Ansonsten muss ich sagen, ist der erste Eindruck vom Huawei P8 wirklich gut. Also mir gefällt es sehr gut, es fühlt sich hochwertig an. Huawei hat hier wirklich zahlreiche Verbesserungen an der Software und auch an der Hardware vorgenommen und ich bin wirklich gespannt, wenn wir das Gerät in Kürze länger testen können. Das war es jetzt von dem Huawei P8, von der Pressekonferenz in London. Danke fürs Zuschauen.